Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 103 Blutdurst, zweiter Teil Mr. Warple, guten Abend. Mr. Sanguini, treten Sie doch bitte ein. Grüßte Severus, seine Gäste. Mit weit aufgerissenen Augen betrachtete Hermine die beiden, die sie bereits von der Initiative her kannte. Mr. Warple hatte seinen Blick durchs Labor streifen lassen und sie bemerkt, weswegen er freudestrahlend auf sie zukam und ihr die Hand entgegenhielt. Miss Granger, richtig? Guten Abend. Grüßte er lächelnd und sie gab ihm die Hand, die Severus vor ihrer Arbeit netterweise mit einem Zauberspruch versehen hatte, damit sich ihre Finger nicht mehr grün färben würden. Ohne auf Severus' Bitte zu achten, erhob sie sich von ihrem Stuhl und ging auf Mr. Sanguini zu, den sie höflichkeitshalber auch begrüßen wollte. Doch als sie ihm die Hand entgegenhielt und ihn willkommen hieß, da blickte er ihr nur flüchtig in die Augen und nickte ihr zu, was sie sehr unhöflich fand. Sie ging nicht zurück zu dem Platz, an dem sie hätte sitzen sollen, was ihr einen bösen Blick von Severus einhandelte. Doch Mr. Warple lenkte Severus sehr schnell ab, denn er sagte, So, da sind wir. Wie sie unschwer erkennen können, können wir ihr Angebot einfach nicht abschlagen. Severus nickte dem kleinen, gedrungenen Mann zu und ging gleich darauf an einen seiner Schränke, um eine Kiste herauszuholen. Hermine beobachtete alles ganz genau. Diese Kiste hatte sie noch nie zuvor gesehen und sie wusste daher nicht, was sie beinhalten würde. Warple und Sanguini näherten sich dem Tisch, auf dem Severus die Kiste platziert hatte und Hermine war ihnen gefolgt. Sie stand direkt neben Sanguini, der sie jedoch bemerkte und scheinbar grundlos seine Position änderte, so dass Warple nun von ihr und dem Vampir in der Mitte genommen worden war. Sie lauschte aufmerksam, als Severus den beiden Männern mit seiner leisen Stimme erklärte. Das hier, er öffnete die Kiste. Sind die Ampullen? Es kamen mehrere kleine Fläschchen mit einem Fassungsvermögen von vielleicht je 50 Millilitern zum Vorschein. Der Inhalt der Fläschchen leuchtete blutrot. Was alles zu beachten ist, liegt dem Trank bei, fügte Severus hinzu, als er der Kiste ein gefaltetes Blatt Pergament entnahm, es einmal zeigte und wieder an seinen Platz legte. Was ihre Beobachtungen betrifft, so möchte ich sie... Severus blickte Sanguini an. Höflichst darum bitten, äußerst genau zu sein. Sanguini nickte, so dass Severus die Kiste wieder verschloss und dem Vampir entgegenhielt, der sie so gierig entgegennahm, als würde sie Blutkonserven beinhalten. Severus ging gleich darauf an einen Schrank und holte ein kleines Säckchen hervor, dessen Inhalt klimpernde Geräusche von sich gab, was ihn als Geldbeutel enttarnte. Den hielt er ebenfalls Sanguini entgegen, doch der betrachtete weiterhin die Kiste in seinen Händen und schien unbeeindruckt von den Galeonen, so dass Mr. Warple einmal gelassen mit den Schultern zuckte und die Hand ausstreckte, um den Beutel entgegenzunehmen. Bevor die beiden Männer sich verabschiedeten, sagte Sanguini noch, Ich werde die Beobachtungen zu ihrer vollsten Zufriedenheit niederschreiben, Professor Snape. Snape nickte, bevor er beide zur Tür begleitete. Nachdem er sie verschlossen hatte, blickte er Hermine an, doch er rückte sie nicht, sondern ging wieder an seinen Platz, um die Pflanzen zu schneiden. Severus? Sagte Hermine, damit er sie anblickte. Als er aufgeschaut hatte, fragte sie. Erklären Sie es mir. Sie wusste selbst nicht genau, wie sie fragen wollte, aber sie wollte alles über die Kiste mit den Apullen wissen und was es mit den Beobachtungen auf sich hatte, die Sanguini notieren sollte. Was eben geschehen ist, Hermine, hat sie nicht zu interessieren, sagte er trocken. Sie zog eine Augenbraue hoch und knifft den Mund zusammen. Doch dann lächelte sie, bevor sie offenbarte. Das hat mit dem Trank zu tun, an dem sie arbeiten, richtig? Der Trank, der den Blutdust bei Vampiren stillen soll. Severus hielt bei seiner Arbeit inne und vergegenwärtigte sich, dass Harry ihr davon erzählt haben musste, denn niemand sonst wusste davon. Er antwortete daher vorsichtig. Mit dieser Forschung wandle ich auf sehr dummen Eis, Hermine, und ich bewege mich am Rande der Legalität. Sie wollte gerade den Mund öffnen, da hob er eine Hand, um sie am Reden zu hindern und fügte hinzu. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ja, ich gebe es zu. Die Forschungen sind durchaus illegal. Nichtsdestotrotz erachte ich einen Fortschritt auf diesem Gebiet als erstrebenswert. Sie unterhielten sich einen Moment lang über Vampire an sich und was Severus Trank bewirken könnte. Da kam die Sprache auf das Verhalten von Sanguini, denn Hermine sagte. Ich fand ihn sehr unhöflich. Er hat mir nicht einmal die Hand zur Begrüßung gegeben. Mr. Sanguini hat sich ihnen gegenüber angemessen verhalten, verteidigte Severus seinen Gast. Da sie fragend die Augenbrauen zusammenzog, näherte er sich ihr, um ihr seine Aussage zu verdeutlichen. Mr. Kedis hatte ihnen die Hand gegeben, richtig? Wollte er wissen. Sie kniff die Lippen zusammen, da sie gehofft hatte, nie wieder über Kaedis reden zu müssen. Doch sie nickte bejahend. Severus hielt ihr seine Hand entgegen und sagte. Geben Sie mir Ihre Hand. Wortlos ergriff sie seine rechte Hand, sodass er sagte. Ich bin mir sicher, dass er seine Finger so gehalten hatte. Er nahm Zeige und Mittelfinger und legte sie leicht auf die Innenseite ihres Handgelenks und erklärte im Anschluss. Er hat unbemerkt von ihnen ihren Puls erfüllt und ich bin mir ebenfalls sicher, dass er nicht widerstehen konnte, ihnen einen Handkuss zu geben. Severus führt ihre Hand in die Nähe seiner Lippen. Doch anstatt ihren Handrücken zu küssen, erklärte er mit lehrerhafter Stimme. Aus Büchern wissen sie, dass Vampire verfeinerte Sinne haben. Sie können besser hören, besser riechen. Er hat ihr Blut gewittert, während er ihnen einen Handkuss gegeben hat. Er senkte seine Hand wieder und ließ die Ehre los. Sie wissen über Vampire wahrscheinlich alles, aber sie können manchmal nicht zuordnen, inwiefern sich die Eigenarten dieser Gattung auf das alltägliche Leben auswirken. Die Höflichkeiten von Vampiren werden oftmals, besonders von Damen, mit Schmeicheleien verwechselt. Häufig auch mit zaghaften Annäherungen. Er legte den Kopf etwas schräg und unterstellte. Er hat ihnen Nettigkeiten zugeflüstert, nicht wahr? Severus hob seine rechte Hand und strich Hermine lockiges, wirres Haar von ihrer Schulter, bevor er sich ihrem Gesicht näherte. Doch anstatt, wie Kaedis, ihr irgendwelche Komplimente zu machen, sagte Severus sehr leise und nahe an ihrem Ohr. Was glauben Sie, wie viele Zentimeter meine Zähne nun von ihrem Hals entfernt sind? Ein leichtes Zittern übermannte sie, als ihr klar geworden war, wie dumm sie sich bei Kaedis verhalten hatte. Oder war es so, weil Severus ihr nie so nahe gewesen war? Ich habe verstanden, was sie meinen, sagte sie sanft, während sie noch immer seinen Atem an ihrer Wange spürte. Er bat sie, Platz zu nehmen, damit er ihr von seiner Forschung erzählen konnte. Severus versprach sich von dem Trank etwas ähnliches wie vom Wolfsbandtrank. Die Vampire, die diesen Trank regelmäßig einnehmen würden, wären keine Gefahr mehr, da ihre Instinkte, der Durst, erfolgreich unterdrückt werden würden. Die Unterhaltung verlagerte sich, nachdem die Wasserpflanzen komplett zerteilt und in Vorratsgläser eingelegt worden waren, ins Severus Wohnzimmer. Die Blumen in der Vase hatte sie mitgenommen. Um kurz nach 21 Uhr wurde ihre angeregte Unterhaltung von Harry gestört. Der erst sehr böse trainblickte, als Hermine erspähte, dann jedoch sehr erleichtert schienen, als er sagte, Schön, dass es dir gut geht, Hermine. Es gab nämlich einige auf der Hochzeit, die sich Sorgen gemacht haben, weil du plötzlich weg warst. Ich hätte ja Bescheid gesagt, rechtfertigte sie sich. Aber es haben alle getanzt, als ich gehen wollte. Es war eine Ausrede gewesen und das hatte selbst Severus herausgehört. Er hatte sich sowieso gewundert, warum Hermine schon kurz nach 16 Uhr von der Hochzeit zurückgekommen war, aber er hatte sich nicht daran gestört und daher nicht nach einem Grund gefragt. Setzen Sie sich doch, Harry. Möchten Sie etwas trinken? fragte Severus. Ich weiß nicht, sagte Harry, bevor er sich auf dem Sessel niederließ. Ich habe heute schon ziemlich viel getrunken. Ginny wartet außerdem auf mich. Ich wollte ja nur sehen, wo Hermine steckt. Naja, ich bin hier und mir geht's gut, sagte sie keck. Harry lächelte gequält. Er hatte sich wirklich Sorgen um sie gemacht, weil er sich immer wieder vor Augen gehalten hatte, dass er sie in Aberdeen hätte verlieren können. Als der Hund auf Harry zukam, tätschelte er ihn, bevor er sich Severus zuwandte und sagte, Ich wollte mit ihm wegen des Hundes reden. Ich werde nicht mehr Zeit haben, dreimal mit ihm auszugehen, Severus. Ab und an schon, aber nicht mehr regelmäßig. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Severus fand das gar nicht in Ordnung. Er war nicht der Typ dafür, mit einem Hund spazieren zu gehen, obwohl ihm der Ausflug nach Little Whinging gefallen hatte. Er wollte sich gerade äußern und sagen, dass er an der Abmachung, die er mit Harry hatte, festhalten wollte. Da sagte Hermine plötzlich, Ich könnte mit dem Hund rausgehen, natürlich nur, wenn es ihnen nichts ausmacht. Severus schien sehr erstaunt, so wie er Hermine verdunst ansah, doch er sagte, Das wäre sehr nett von Ihnen. Harry wollte sich schon wieder auf den Weg machen, da fiel ihm plötzlich etwas ein. Daher fragte er, Ach ja, Severus, mit Ihrem Zauberstab hat alles geklappt? Haben Sie ihn bekommen? Daran hatte Hermine gar nicht gedacht und deswegen interessierte sie die Antwort genauso brennend. Severus nickte und bestätigte. Ja, ich habe ihn heute bekommen. Die Rechnung wird Ollivander übrigens an Sie schicken, Harry. Harry lächelte verlegen. Es war ihm immer noch peinlich, dass er Severus' Zauberstab auf so bizarre Weise zerstört hatte. Zeigen Sie mal, forderte Harry ihn auf. Sein Kollege kam der Aufforderung nach und zog, wie Harry und Hermine bemerkten, den neuen Stab nicht wie üblich aus dem linken Ärmel, sondern aus der Innentasche. Mit Daumen und Zeigefinger hielt Severus den Stab in die Luft, doch Hermine war neugierig und fragte, während sie die Hand aufhielt. Darf ich mal? Severus überreichte ihr den Stab, den sie sofort inspizierte und sie erkannte ganz richtig. Birke? Weiß Birke, um genau zu sein, vervollständigte Severus. Und was ist nun der Kern? Wollte Hermine wissen. Severus räusperte sich, bevor er antwortete. Wie sie schon ganz richtig vermutet hatten, handelte es sich dabei um das Schweifhaar eines Einhorns. Ja, das war ja klar, aber es sollte doch noch einen zweiten Kern geben. Rief Hermine ihm ins Gedächtnis zurück. Er sträubte sich zunächst, gab dann aber zu. Mr. Levander faselte etwas von dem Haar einer Hexe. Hermine stutzte und blinzelte, bevor sie ungläubig wiederholte. Das Haar einer Hexe? Sie schüttelte den Kopf und sagte. Ich bin zwar nicht allzu bewandert in der Zauberstabherstellung, aber darüber habe ich noch nie gelesen. Von Wählerhaar habe ich schon gehört. Aber das Haar einer Hexe? Ist damit womöglich eine Saberhexe gemeint? Bevor ihr irgendjemand widersprechen konnte, sagte sie selbst. Nein, Unsinn, aber ich verstehe nicht. Sie hielt inne, als sie sich daran erinnerte, wie Mr. Ollivander ihr mit einer Hand durchs Haar gefahren war, während er ihr davon erzählt hatte, dass er sich nun im Klaren über den Kern sein würde. Aber das, was sie gerade dachte, konnte doch gar nicht wahr sein. Vorsichtig fragte sie. Hat er noch etwas über dieses Hexenhaar gesagt? Nein, ich wollte mich nicht länger mit ihm unterhalten als notwendig, denn ich war der Meinung, dass er recht dreist geworden war. Sie haben doch nicht etwa wieder gezankt? Wollte Hermine wissen. Ich zanke nicht. Versicherte Severus und sie nahmen diese Aussage mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Die beiden schienen Harry völlig vergessen zu haben, denn Hermine fragte Severus. Darf ich damit mal etwas wutschen? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Erwiderte er gleichgültig. Sah aber gespannt dabei zu, wie sein Stab mit ihrer Magie funktionierte. Sie wutschte und wedelte und schon schwebte der Sessel samt Harry einen halben Meter über dem Boden. Wahnsinnig witzig, Hermine. Lass mich bitte wieder runter. Ich möchte wieder zu Ginny gehen. Bat er höflich und sie kam seiner Bitte frech grinsend nach. Als der Sessel wieder auf dem Boden stand, sagte Harry noch. Ach ja, ich habe mich auf der Hochzeit viel mit Arthur unterhalten und er meinte, die Themen, um die sich der Orden kümmert, würden sich um diese Hexenjägerbande drehen. Vielleicht, Severus, sollten wir dem Orden doch wieder beitreten. Ich mach's, wenn sie auch mitmachen. Hermine und Ginny bekommen wir bestimmt auch dort unter, wenn wir erst einmal wieder Mitglied sind. Da weder Hermine noch Severus sich dazu äußerten, fügte Harry noch hinzu. Arthur hatte mit dem anderen Minister gesprochen und... Harry stockte. Und Pablo ist an uns ausgeliefert worden. Der sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Viel hat man bisher nicht aus ihm herausbekommen. Außerdem weiß Ginny nichts davon. Hermine war von dieser Information sehr bestürzt. Doch dann fasste sie sich und sagte... Ich möchte zu gern wieder in den Orden, Harry. An Harrys Stadt antwortete Severus. Albus wird sich sträuben. Er hatte neulich erst gesagt, er hätte gerne Black, Harry und mich im Orden. Sie haben mit Albus darüber gesprochen? Fragte sie verdutzt. Severus blickte Harry an und fragte... Was denn? Das haben sie ja noch nicht mitgeteilt? Sie reden doch sonst über alles. Das war doch erst Mittwoch und wegen der ganzen Aufregung um Anne, Ginny und der Hochzeit hab ich's völlig vergessen. Rechtfertigte er sich. An Hermine gewandt, sagte Harry. An dem Tag, an dem Anne geheilt werden konnte, hatte Albus uns dreien angeboten, wieder dem Orden beizutreten. Allerdings haben Sirius und wir beide... Harry zeigte auf Severus und sich selbst... abgelehnt. Was aber viel interessanter war, wir haben Albus gefragt, wie er den Avada überleben konnte. Und? Fragte Hermine gespannt und auf die Antwort wartend. Severus übernahm und erklärte... Er hat sich wie immer nicht zu einer Antwort hinreißen lassen. Auf keine der Fragen haben wir eine Antwort erhalten. Warum er überleben konnte, was aus seiner fluchgeschwärzten Hand geworden war und was er Black für einen Trank gegeben hatte, damit er nicht stirbt. Wie bitte? Er hat Sirius einen Trank verabreicht? Fragte Hermine völlig baff. Was für einen? Severus unterbrach. Er hat nicht mit der Sprache herausgerückt, Hermine. Ich denke mittlerweile, da wir keine Antworten bekommen werden, sollten wir selbst nach ihnen suchen. Harry zog die Augenbrauen zusammen und fragte... Wie sollten wir nach einer Antwort suchen? Severus lehnte sich gemütlich an die Rückenlehne, bevor er laut dachte. Man könnte eventuell nachsehen, ob in dem hübschen Grab am See eine Leiche liegt. Das wäre Grabschändung, warf Harry ein. Severus jedoch entgegnete ruhig. Aber doch nicht, wenn es keine Leiche geben sollte. Schreibt euch auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Vielen Dank.